So, können wir anfangen, yay. Servus und hallo zu diesem Projekt, zu Top Hockey Deutschland. Meiner kleinen Herzensangelegenheit, ich wollte eigentlich schon vor der Saison damit anfangen, aber irgendwie kam alles was dazwischen. Klingt blöd, aber ich meine, also besser spät als nie, von daher, ist okay. Nehmen wir jetzt so hin, passt. Hier bin ich, hier ist Top Hockey Deutschland, zumindest jetzt erst auf YouTube. Auf Instagram gibt es das jetzt schon ein bisschen länger, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, wenn nicht, checkt es mal aus. So, worum geht es hier auf dem Kanal? Ich meine, wie es der Titel schon sagt, hier wird es speziell eigentlich nur um Eishockey gehen. Alles, was mit Eishockey zu tun hat, sei es die DEL, also wirklich die ganzen einzelnen Ligen, DEL, DEL 2, die NHL, Champions Hockey League oder auch andere aus dem Ausland, aus Österreich, Schweiz, die KHL, machen wir alles mit. Ich meine, das waren jetzt nur die Ligen speziell, aber wir werden dann auch noch vereinzelte Vereinsvorstellungen machen oder wir werden Stadien in der Ligen bewerten. Ganz beliebt natürlich auch die Trikot-Rankings. Darf man nicht vergessen. Ich meine, das ist auch von Saison zu Saison immer unterschiedlich. Mal hat ein Verein einen wirklich bomben Trikot rausgesucht, ein anderer Verein greift voll ins Klo. Dafür ist vielleicht das Jahr danach komplett andersrum. Das soll heißen, der Verein, der vorher ein Top-Trikot abgeliefert hat, greift vielleicht dann ins Klo. Und natürlich der Verein, der ins Klo gegriffen hat, haut ein mega Ding raus. Aber das werden wir die Jahre hinweg jetzt noch schön beobachten und bewerten natürlich. Aber mal abgesehen von diesen ganzen Rankings und sowas werden wir, wie schon gesagt, Vereinsvorstellungen machen. Oder auch Goats, also hier greatest of all time Vereine und sowas oder einzelne Spielepositionen. Natürlich werden wir auch diverse Analysen machen von verschiedenen Matches, die wir uns raussuchen. Oder natürlich auch von den Playoffs, die jetzt waren von der ersten und zweiten Liga. Oberliga natürlich auch. Ja, die werden wir auch behandeln. Wenn es sein muss, gehen wir auch noch weiter runter. Das haben wir komplett freien Handlungsraum. Da können wir machen, was wir wollen. Wurst. Wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Wenn ihr das wollt, sagt es. Dann werden wir mal schauen, ob wir das behandeln werden. Aber alles zu seiner Zeit. Versteht sich. Dann gibt es dann natürlich auch noch die andere Seite. Dann werden wir natürlich auch ungeschminkten Real Talk hier halten. Soll heißen, wenn es wirklich mal ernste Themen gibt, worüber man reden muss, dann werden wir das tun. Dann wird es natürlich auch keinen großen Spaß geben, weil manche Themen, da gehört einfach kein Spaß rein. Aber alles zu seiner Zeit. Das ist jetzt nur schon mal vorab, damit ihr grob wisst, worum es sich hier drehen wird. Was wir behandeln werden, was wir nicht behandeln werden. Natürlich, in welchem Sport es geht. Das ist ja wohl auch eindeutig durch den Namen. Aber mein Ziel ist es natürlich auch, allein schon, weil es eine Herzensangelegenheit von mir ist, dieses Projekt, dass wir eine richtig große Reichweite erhalten. Soll heißen, jetzt nicht speziell dieses Projekt, sondern der Sport, Eishockey an sich. Ich finde, dieser Sport hat viel zu wenig Anerkennung aktuell. Der braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Da spielen noch verschiedene Faktoren mit rein, warum das so ist und dies, das. Und natürlich kommen dann viele wieder mit dem Thema, aber Fußball funktioniert so gut. Das sind vielleicht auch noch mal Themen, die wir auch noch mal speziell behandeln werden später. Ich wollte es nur mal schon so erwähnt haben, dass wir Eishockey viel größer machen müssen, als es ist. Zumindest hier in Deutschland. Wenn man einen Blick in andere Länder oder Kontinente wirft. Wahnsinn. Also was da abgeht. Aber gut, wie gesagt, das sehen wir alles später. Das ist jetzt erstmal Zukunftsgeschichte. Darüber reden wir alle noch. Das kommt noch. Ganz ruhig. Also ihr wisst Bescheid, wenn ihr selber schon vorab irgendwelche konstruktiven und guten Vorschläge habt, was wir hier mal behandeln könnten. Lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Folgt mir auch auf Instagram. Da habe ich auch diverse Sachen, die gepostet werden. Wir beobachten speziell da die 1. und 2. Liga. Gerade jetzt die Playoffs. Da geht es mega ab. Das müsst ihr sehen. Mega. Und sonst würde ich sagen, gehen wir entspannt durch. Rocken das zusammen. Und euch noch einen entspannten Sonntag. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020